We are under attack. Tango down. Fire in the hole. Frag out. Ja, komm. Ja, komm. So kann's gehen. 5, 8, 14. Ja, 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 ja. Haben wir's? Oh, VIP, äh, habe ich gestern bekommen, ähm, als Geschenk. Zusätzlich zu den 3 Tagen VIP Gutschein habe ich jetzt noch 24 Stunden VIP bekommen mit dem Reward zu, ähm, nee, nicht melden, ähm, hier. Dazu habe ich noch, hier kriegst du VIP-Coupon One Day. Da, und der wird direkt eingesetzt. Deswegen habe ich VIP. Deswegen, und nur deswegen. Kein anderer Grund. Naja. Ähm. Ja, mal sehen, wie's diesmal läuft. Eliminate all enemy units. Hm. Hhm. Wollen wir doch mal sehen, ob wir hier nicht irgendwie... ...an wen rankommen. Okay, da scheint keiner zu sein. Wo sind die hin? Wollen wir sich denn hinverteilt? Die muss doch irgendwo hier sein. Genau, jetzt einmal um die Karte rumgerannt. Oh, 90 Tage. Hm. Dafür, was das dir bringt. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber muss jeder selbst besuchen. Manchmal muss man echt Glück haben. One head, one shot down, one head down, Korbsschuss. Ah, jetzt hat's da geleckt. Shit. Auch geleckt, so ein Mist. Oh, komm schon. Drecksack. Ist ja nicht. What the heck? Man, wieso kriegt der mich jedes Mal? Das ist doch die K2. Die kann doch... Schießt die überhaupt so schnell? Oder ist das nur, weil die Pro League dabei hat? Ah, ein bisschen Smoke ist da eigentlich gar nicht schlecht. Der hat da hingeschossen. So. Können wir doch mal sehen. Hier müsste doch schon wieder einer sein. Hier drin. Komm schon. Ist doch immer wer. Wieso ist hier niemand drin? Welcome back. Nice. Was zum? Wieso fliegt der Tod hier rein? Der soll ja gefälligst lebend reinkommen. Ich hätte messern können. Messern wäre halt das einfachste gewesen. Okay. Wir sind untertack. Enemy down. Cover me. Reloading. Reloading. Wir sind untertack. Watch out! Äh. Äh. Warum mein... Ja, warum Skelekt... Hm. Gute Frage. Meine Grafikkarte ist... Grenade! Take cover! ...so alt, dass die... Wahrscheinlich gerade so noch die 180p... ...sauber irgendwie zeigen kann. Alter, der hat den Hack drin. Ist mein Ernst? Der hat den Hack drin. Der hat bestimmt mal doppelt so schnell wie normal. Oder er leckt. Je nachdem. Aber ein Hack ist wahrscheinlicher. Ja, meine Grafikkarte ist einfach viel zu alt. Das ist eine Redon 6650 oder so von 2006, 2007. Also wirklich nichts Großes. Tango Down. Ich sitze da. Hm. Ja, da läuft nicht mehr viel mit. Tango Down. In the head of fire! Oh fuck. Dich habe ich gesehen. Long-Raid-Shop. Yes. Arsch gerettet, mein Lieber. Wieso ratte ich ihn schon wieder? Komm, sterb mal. Dann kriege ich die Farmer's Go League. Und dann sieht das Ganze schon anders aus. Ich dachte, du wirst mal sterben. Ah, wenigstens. Gleichzeitig habe ich 10-3-7. Hin und wieder. Kommt doch was bei rum. Tango-Grenade, take cover. Und die Hände, fire. Cover me, reloading. Ah, das hat er mich doch eigentlich. Scheiße. Hm. Die Situation war aber gerade gut. Come, cover me, reloading. Our force down. Contact. Was zum? Der soll sich verpissen, dieser Arsch. Man kann ja... Der hüpft so rum, dass man ihn überhaupt nicht treffen kann, was eigentlich auch schon wieder... ...auf irgendwelche extra Boosts oder was auch immer es schließen lässt. Und dann killt er dich auch noch mit einer Pistole mit drei Headshots. Naheinander. Hm. Reloading. Contact. Headshot, warshot. Geil. Cover me, reloading. Enemy contact. Ja, ist gut. All enemies have been eliminated. Ich bin schon hier gestorben. 12, 6, 9. Puh. Bisschen was für die KD. Ein bisschen was. Hm. Pff. Mann, 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 Mann. Hm. Was für so wenig XP, obwohl ich noch einen Bonus draufkriege. Da wäre doch dieses größer angelegte CDM besser. Ähm. Ne, Cover me. Capture. Moment. Blassing Sizer. CDM. Hier ist Single. Blast. CDM. Escape. Wo ist denn hier? Ach ne, Escort gibt es gar nicht. Nur Cover me. Die. Naja, mach ich gleich. Ich geh erstmal aufs Klo. Also, ähm. Könnte jetzt ein, zwei Minuten dauern. Okay. 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 Und. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. X-Split-Gamecaster. X-Split-Gamecaster. Blasting-Sizer-Round-Battles mit Ziel kann man auch machen, aber momentan habe ich keine Lust drauf, sagen wir es so. Ansonsten, ja, hin und wieder spielt man es mal, wenn man reingerät und dann grad spielen will, dann einfach zack rein, fertig, aus und dann, ja, wenn man sich hier aussuchen kann. Oh, ähm, das Programm an sich, das kannst du sogar gratis ausprobieren. Also so eine Art, ähm, wie soll man das nennen, ähm, ja, du hast einen Teil, der ist frei, also kostenfrei, und ein Teil, äh, und dann gibt's zwei Stufen, eine, ich glaub, für 14. eine, ich glaube, wir ,einen, für, drei Monate, war das glaub ich, und eine, die ist bißchen, die ist bißchen, das kostet bißchen mehr. Oh, 30. Ich sollte mal zurückgehen. Ja, also entweder 14 oder 25 oder 30 Euro. Ich weiß es nicht genau. Einmal heilen. So ein Mist. Wie könnte der denn durchkommen? So. Okay, kommt.